Es war eine ganz große und eine ganz tolle Pressekonferenz der Eisbären Regensburg beim Sponsor REWAG. Viele gute Nachrichten aus dem Lager der Eisbären Regensburg. Bei mir ist jetzt der Hauptgesellschafter Christian Foltmer. Christian, das war ein großer Tag für die Eisbären. Ja, ich glaube, heute haben wir ganz viele tolle Sachen veröffentlichen können. Eine ganz wichtige für die Fans. Neben der tollen Spielverpflichtung ging es heute auch darum, dass die REWAG ihr Engagement nicht nur verlängert, sondern auch deutlich verstärkt hat. Das ist nochmal eine deutliche Erhöhung. Das hat stattgefunden. Das freut uns besonders, dass wir solche Sponsoren haben, die uns eigentlich immer auch über die letzten Jahre hinweg die Stange gehalten haben und auch honorieren, dass wir uns in eine richtige Richtung entwickeln. Und auch die tolle letzte DEL-2-Saison mit einer Erhöhung, das ist eine ganz gute Nachricht. Das freut uns besonders. Darüber hinaus haben wir heute darüber berichten können, dass es ab der neuen Saison jetzt eine Fan-Zone im Außenbereich gibt. Wer an der Arena vorbeifährt, sieht schon, dass die Bauarbeiten dort auch schon abgeschlossen sind. Also die Fläche ist quasi schon gefestigt und geebnet worden. Dort wird es also verschiedene Buden geben im ersten Schritt. Das Ziel ist dort also auch ein Fan-Zelt zu etablieren. Wird wirklich eine super Sache, wird die Aufenthaltsqualität vor und nach dem Spiel deutlich erhöhen. Da kann man sich vorher und nachher treffen, kann fachsimpeln, kann ein Bier trinken, kann ein Bratwurstsemmel essen. Das wird eine ganz tolle Sache. Und last but not least kann man sagen, ist das, was sehr viele Fans über die Jahre hinweg jetzt schon gefordert haben. Wird auch zur neuen Saison passieren. Es wird keine Seitennetze mehr geben. Wir konnten ja in einer relativ langen Abstimmung klären, wie denn die Haftungssituation ist in dem Umfeld, was von unserer Veranstalter haftlich gedeckt wird, wie die Rahmenbedingungen sind. Und da auch vielen Dank an Stadtwerk, die jetzt auch quasi zugestimmt haben, die Netze zu entfernen. Wir werden also quasi ohne Sichteinschränkung sowohl bei Spray-TV als auch für die Zuschauer in der Halle in die neue Saison starten und werden direkten Blick auf unsere Mannschaft am Eis haben. Und dann gab es natürlich noch die gute Nachricht, ein neuer Spieler ist da, Andrew Jogan. So sieht er aus, unser neuer Spieler, Andrew Jogan. Und ich habe ihn natürlich gefragt, warum kommt er nach Regensburg? Oh yeah, one of the reasons I chose to come to Regensburg is when I talked to the head coach and the president, they had a lot of positive messages about what they want to do with the club moving forward. And I felt like I really wanted to be a part of that. I've heard great things about the city and I've heard the fan base is amazing. So I'm really looking forward to meeting everybody and getting involved in the city. Andrew hat eine tolle Vita. Überall wo er war, war er einer der stärksten Spieler. Wir dürfen uns auf eine tolle Saison freuen. Das war's von der Pressekonferenz der Eisbären beim Sponsor REWAG Armin Wolf für Eisbären TV.